In diesem Video möchte ich euch die Excel-Funktion Summenprodukt vorstellen und freue mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Die Excel-Funktion Summenprodukt bringt einige Vorteile mit sich. Der vermutlich einfachste Vorteil ist, dass durch die Verknüpfung von Multiplikation und Addition mehrere Rechenschritte gespart werden können. Die Theorie sagt, dass bei der Funktion Summenprodukt jene Elemente von Matrizen miteinander multipliziert und die Produkte anschließend summiert werden. Vermutlich wäre ein besseres Wort für diese Funktion Produktsumme. An einem Beispiel möchte ich zeigen, wie diese Funktion nun arbeitet. Ich habe dazu in Excel bereits eine Vorlage, in der ich Artikel und den Einzelpreis dazu angeführt habe, sowie auch den Bestand im Lager. Die Spalte Bestandswert gibt mir sozusagen die Produktsumme aus dem Einzelpreis mal der Menge im Lager. Wie man sieht, in Summe habe ich einen Bestandswert von 62.000 Euro. Ich kann genau diese Summe mit der Summenprodukt-Funktion berechnen lassen. Hierzu gebe ich eines gleich, tippe Summenprodukt und habe nun eine Auswahlmöglichkeit der Matrizen. In diesem Fall hier wird es auch Array genannt. Ich wähle nun meinen ersten Bereich aus. Das wäre der Einzelpreis. Und als zweiten Bereich wähle ich nun die Menge im Bestand aus. Wenn ich nun die Funktion schließe, werden sozusagen nun die einzelnen Einzelpreise mit der Menge im Bestand multipliziert und schließlich summiert. Und erhalte somit exakt die gleiche Summe wie hier. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.